Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 gut zu wissen ich hoffe ich merke es mir ich habe ein sehr großes problem damit mir solche dinge zu merken also die verlorenen einladung kann ich erst mal abgeben mädchen braucht ja noch ein bisschen wobei er ja sowieso nicht mehr mit mir redet dann habe ich das sinnvoll zu verdanken erweisen der letzte das ist ganz übel wir haben gerade erst gesehen dass die berge nicht freundlich sind die zwerge haben unschuldigen hobbits ich grüße euch wer ist das jetzt wo muss ich das jetzt abgeben ja du kannst hierher zu mir kommen dann kannst du es vielleicht abgeben noch eine die hat er nicht ach das ist aber wegen diesem nöbelium oder wie jetzt ok Okay. Warte mal, wie ging das? Ich bin nicht freundlich so auf uns. Warum sollten sie zu Fußpilz freundlich sein? Weil sie selber nur Dreck sind. Wie viel Mitleid hast du mit Chips drin, etwa das Verhältnis? Kommt drauf an, was es für Chips sind. Mit manchen habe ich Mitleid. Wobei mit Zwergen habe ich auch kein Mitleid. Zwerge sind ungefähr das, was ich immer so unter meinen Fußschuhsohlen abkratze. Immer so mit einem Spachtel. Nett. Ja, die verspeise ich gern auch zum Frühstück. Die sind ganz gut mit so einer leichten Minznote. Und, äh, so'n schönen Brötchen dazu. Gott, bist du eklig. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ja. Ja. Bleibt einen Moment. Auch von dem anderen Putzi hier. Ach, von dem auch. Wie das schon wieder klingt so. Ach, das muss ich auch noch machen. Ja, ich kann das zweite nicht annehmen. Dann stehe ich wieder Felder erweitern. Tralala. Wie viele Quests hast du denn bitte drin, dass du... Nein. Nein, ich möchte es nicht wissen. Tja, das... Nein. Alter, wir haben die... Wir haben die gleichen Quests. Und ich habe 33 von 41 Aufgaben. Was hast du bitte alles für Aufgaben? Keine Ahnung. Haben... 37... 37 von 40. Was hast du für Aufgaben noch? Mir Vorträge halten? Ey, unglaublich. Unglaublich, ey. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Bleibt einen Moment. Hallo. Hast du halt keine Ahnung, was ich für Quests mache. Okay. Tautropfen lutsche ich da hin. Oh Mann. Ich lutsche ja keine Tautropfen. So ein schönes Schnitzel. Das ist lecker. Ja. Ein... Zwergenschnitzel. Schön frisch angebraten. Du könntest hier eine Quest abgeben. Es sei denn, du willst da weiter wie eine beleidigte Leberwurst rumstehen. Nö, ich hau gerade nur alle Aufträge raus. Mache ich gar nicht. Bis hier ein bisschen Platz hier ist. Das ist sehr blöd, wenn du dir das nicht mit absprichst, ne? Ähm. Ja, ja. Das passt schon. So, darf ich dich jetzt hier annehmen? Das siehst du. Du weißt aber, dass das keinen Sinn macht, wenn du dafür andere Aufgaben, die wichtig sind, rauswirfst, oder? Das ist dir bewusst, oder? Das waren nicht wichtig. Das waren die Sammeldinger nur. Ja, die sind doch wichtig. So. Die Sammeldinger sind dir wichtig. Ja, ja, wir nehmen das hier alles an und so. Heute nehmen wir alles an. Ja, schau mal nicht, du wirfst die. Die wirklich wichtigen, die wirfst du mir raus. Guck doch lieber, ob du noch was in den, äh, in den, im Auenland oder Dingens hattest. Was raus kann. Das wär doch wichtiger. Dass du die rauswirfst. Auenland hab ich hier nicht mal mehr drin. Und Eretluin? Hast du da noch was drin? Ja, ist nur was von Gundomon nach Bre. Du hast es nicht abgegeben. Ah, ne. Ach stimmt, das war ein anderer Furzi. Okay, alles gut. Und da hast du noch Aufträge aus den Eretluin, die du nicht abgegeben hast? Äh... Müsst du bei Auftrag und dann, äh, ich glaub Eretluin Auftrag müsste dort stehen. Statt Bre Auftrag. Weil dann wüsst du, warum dein Inventar voll ist. Nö, ich hatte jetzt ihr... Nö. Es ist alles Bre... Ach, ich hab... Die Breab-Dinge hab ich gar nicht rausgeschmissen. Ich hab hier irgendwie... Hier, Marthorn, Marthorn, Marthorn... Und alle weg. Okay, das sind also die Auenland-Aufträge. Thorinshalle, das ist alles... Das kann alles weg, ne? Thorinshalle kann... Bei Bre hab ich nichts... Thorinshalle kann weg und, äh... Marthorn-Maus kann weg. Na gut, dann hab ich bei Bre ja nichts rausgeschmissen. Hm... Doch hast du. Und zwar eins... Zwei... Wieso Bre ist doch jetzt alles hier unten? Ne, ich, äh... Kann ja sehen, welche Aufgaben du rausgeschmissen hast. Oh. Ja, das ist ja hier. Welche du hast und welche du nicht hast. Du hast eins, zwei, drei, vier... Fünf... Sechs... Das ist aber scheiße. Sieben... Sieben Quests hast du rausgeschmissen. Und ich hoffe von den anderen Dingern nichts. Wird mehr sein müssen. Ich mach's nicht gleich mal raus. Jo. Gut, das hast du sowieso nicht gehabt. Ähm... Also, könntest du... die eine Aufgabe abgeben? Sie müsste dann hier sein. Wo kann... Hier ist sie jetzt nicht mehr weiter? Doch. Doch. Zufrieden? Oha... Geist. Ja. Jetzt bin ich zufrieden. Ach, das haben wir's aber immerhin. Glaubst du. Wie kommt der nochmal? Weiß du nicht. Könnt... Könnt ja möglich sein. So, warte mal. Machen wir doch jetzt mal... Ach ja. So. Ich weiß nicht warum du mich eigentlich so hast oder so bestrafst. Das hast du dir selbst so zu schreiben. Wieso das denn? Ja, dann frag dich mal. Ja, tu ich ja grad. Denk mal scharf nach, mein Sohn. Denk scharf nach, mein Sohn. Denk scharf nach, mein Sohn. Ach nee, lass mal. Du kommst zu sehr nach deinem Vater. Ich geb dich wieder ab. Ich grüße euch. Ich hab's schon verdrängt gehabt. Ich hab's schon verdrängt. Ich hab's schon verdrängt. Ich hab's schon verdrängt. Ich hab's schon verdrängt. Ähm. Und Schlucht, wo ist denn Schlucht? Ach du, Grüne Neune. Grüne Neune. Schlucht geht in diesen Weg Richtung. Dann wollen wir mal nach Schlucht. Ja, da kamen wir grade eigentlich fast her. Nur da waren wir mit Schnellreise. Gott sei Dank. Können wir kein Pferd dahin nehmen? Wenn du ein Pferd hättest und die Reitfähigkeit hättest, dann können wir wie ein Pferd nehmen. Okay, ich formulier's anders. Können wir nicht mit, können wir nicht mit dem Pferd dahin reisen? Ich lauf doch jetzt nicht zurück. Wir können gucken, ob wir von da aus zurückreisen können. Müsst du gehen. Müsst du gehen. Je nachdem, wo wir dann hin müssen. Ja. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Dettelmatz. Für deine Glückwünsche. Unser Sohn ist ja hier auch aus der Beziehung entstanden. Der hier. Unser Held in Strumpfhosen. Beziehungsweise trägt eigentlich einen Rock. Irgendwo einen Baum und einen Strick? Ein Baum ja, ein Strick, nein. Ich verfolge dich. Wäre schon klar, dass das so länger dauert, oder? Was denn? Kommst du mal hier lang? Mann, Mann, Mann. Warte mal, ich hab ja... Besser aber jetzt nicht alles. Sie reitet, sie reitet endlich fort. Ich bin, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei, ich bin frei. Man soll jetzt auch nicht von meinem Kloten. Nein, ist er nicht. Ganz im Frühschluss fragen. Er hätte ihm selbst die Brust gegeben. Du darfst doch ruhig wieder aufstehen. Oh Gott. Ich brauch was zu trinken. Darauf ein Duscher-Ding. Oh je. Okay. Vielleicht lögt er sich aus. Ich glaub auch. Das könnte passieren. Was benötigt ihr? Ja. Jaaa. Jaaa. Schön. Oh Gott sei Dank geschafft. Ja, so klang zu Fotos auch immer. wenn die Milch rauskam aus seinen Zitzen. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stillen? Wie oft kommen sie nicht? Was denn? Als Kind hat es dir seine Milch immer geschmeckt. Meine war dir immer zu bitter. Ja, genau. Das hast du auch immer gemacht. Hier ist so blümerant. Ich liebe es nicht zu ärgern. Es macht so viel Spaß. Und Frusches wird es auch Spaß machen. Das wird so toll. Ich glaube, dass du bei uns brauchst du echte Therapie. Ja, oder ihr. Ich kann auch auszahlen. Keine Panik. Ne, das glaube ich nicht. Nach dem Wort kannst du nichts mehr machen. Damit liegst du nur noch romatös in der Ecke. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Was denn? Achso. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Okay, wir können nur nach Südbrä. Ja gut, dann machen wir einmal Südbrä. Einmal nach Südbrä bitte. Ja, dann machen wir das so. Ja, ne? Ja. Wie auch ne gute Idee. Ich auch nicht. Tschüss. Wohoop. diese Moment, wenn man jemandem antwortet, viel lieben Danke. Danke. So ein E einfach mal zu viel. Vielen lieben Dankene. Ja, ne. Vielen lieben Dankene. Ich bin ein Berliner. Ich schmecke gut. Bist du nicht? Bist du nicht? Aber ich schmecke gut, weil ich ein Berliner bin. Nicht meine Welt. Ach, das... Egal. Was kann ich für euch tun? Riedlung, Breland. Okay, weiter kommen wir von hier aus nicht. Da war das nicht freigeschaltet. Okay. Hier gehen wir doch grad schon mal lang. Ja, du wolltest ein Pferd nehmen. Was? Du hast auch im Hinblick gesagt, können wir nicht einfach ein Pferd nehmen. Ja, klar. Siehst du? Aber wir sind nicht echt da hingegangen, um nochmal hier hinzureiten, oder? Doch, weil wir die Quest abgegeben haben. Okay, das lasse ich noch grad so durchgehen. Ja, was sagst du, was ich da sonst mache? Hamburger essen oder was? Wäre das... Wäre das jetzt umsonst gewesen? Ich hätte sofort Alt-F4. Hör mir alles weg direkt. Rechner-Shutdown. Bums. Ach, du machst dann auch so einen Corona-Lockdown nur für deinen PC? Ja, der wird dann desinfiziert runtergefahren, von dem Spiel gereinigt, in den Papierkorb verstoßen. Oh, eine Handvoll Himburn. Himburn? Hm. Hallo, ich heiße Himburn. Und sie? Ah, ich... Ich murre Zipper-Körper. Ja gut, okay, für diese Dinger brauche ich meinen Kampfhut nicht aufsetzen. Helm. Helmhut. Oh, die Süßigkeit will ich auch haben. Ja. Und kauf dir doch eins. Gibt, glaub ich, Zipper-Körper nicht zu kaufen. Wenn das so ne Art Kakerlake ist, dann kaufst du den Kakerlake, klebst ihr Flügel anders da ein. Nein. Hä? Nein. Kakerlaken ist ehrlich. Kakerlaken mag ich nicht. Kakerlaken mag ich nicht. Du bist ja wieder armen Schwigsweiner. Ja, ich bin wie Obelix. Ja, vom Umfang kann das hinhauen. ja genau das war das was ich gerade sagen wollte wenn man dann noch so ein zwei runden der dbd ganz langsam mal ja ja ich will nur einmal ganz kurz noch in richtung mordos schnell die sache erledigen und ja aber kurz ins hügeldingens land hier ich versuche gerade den ort zu finden wo wir durchgekommen sind ich habe nicht aufgepasst von wo aus wir runter gesprungen sind das eine mal mariechen ja so heißt deine kleine schwester nein die erst machen nein ich meine spiel du hast nur eine geheime schwester von der du bist eben nichts wusstest die ist übrigens ein halbtroll aber unsere familie wundert mich gar nichts mehr wahrscheinlich bist du steckt dir auch so ein komisches zirpkirkeling ding da drin zirperklapper genau wie du manchmal am zischen bist kommt das bestimmt hin nee das das habe ich von basiliskun das zischen nee die brauche ich nicht mehr und wir warten wo bist du denn ja hinten folge dem grünen fall haben wir doch schon mal ja an manche orte muss man auch noch mal das kenne ich war mal auf einem singelportal ich kann mir bei dieser 1124 stützen mehr aber nicht oh man oh man so hier ist doch ein sicherer und wohl geformter ort um die alte flände ja immer noch die lebt ja sogar noch um nächstes mal weiter zu machen mit blick auf die wunderschöne stadt brei der freizeithut was hast du gegen mein hut er ist albern und guck dir mal deine frise an mann nein meine frise ist gut die trage ich sogar in echt also nicht jetzt aber trage ich auch in echt wo dein freizeithut nicht hoffe ich sonst mache ich mir ernsthafte sorgen um deinen geisteszustand ein geisteszustand bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017